Hi Leute, hier ist HiKarpChristian. Ich wollte euch mal zeigen, was ich an einem Tag so esse, wenn ich mal mehr Fett esse, wie ich das ja in meinem letzten Video schon gesagt habe. Und das soll jetzt nicht als Anleitung verstanden werden, wie man essen soll, sondern soll halt einfach zeigen, was ich an einem Tag gegessen habe. Das war ein Unitag, also habe ich halt morgens gefrühstückt, dann lange, lange nichts gegessen und dann mittags wieder. Morgens habe ich Brot gegessen, vier Scheiben Vollkornbrot, davon eine mit Erdnussbutter, die gibt es hier ohne Öl in den Niederlanden, eine mit Banane, weil die ein bisschen überreif war und zwei mit jeweils einem halben Avocado drauf und etwas Salz. Zum Mittag habe ich noch was gegessen, was ich mir gestern gemacht habe. Das ist einfach Couscous mit Spinat und Datteln und noch Paprika und rote Zwiebeln. Ich wollte Linsen sagen, aber Zwiebeln. Das Ganze gemacht mit Gemüsebrühe, ziemlich, ziemlich lecker. Und dann als Abendessen einen großen Salat und ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich richtig praktisch ist, wo man eine Grillzange benutzt, um den Salat durchzumischen. Da ist jetzt in dem Fall Romana-Salat drin und Tomaten, Paprika, Gurke, ein bisschen Zucchini mit einem Dressing aus Hanfsamen, Essig, Senf und Agavendicksaft. Schauen wir mal an, wie das jetzt in Chronometer aussieht. Auch wenn ich ja nicht der Fan von Chronometer bin, ich mache das halt ja wirklich nur für what I eat in a day, weil ich das auch irgendwie nicht so geil finde, jeden Tag alles einzutippen. Erstmal, man macht sich verrückt und zweitens, wer hat schon Zeit und Lust dafür? Wie man hier gut erkennen kann, ich habe sehr, sehr viele einzelne Sachen am Tag gegessen. Man kann ja auch Rezepte erstellen bei Chronometer, aber ich habe jetzt einfach alles, was ich gegessen habe, komplett einzeln eingegeben. Ich habe zum Beispiel auch noch Vitamin D supplementiert und ich habe einen Kaffee mit Mandel-Haselnussmilch getrunken. Das lieferte mir am Ende 2351 Kalorien, davon 65% Kohlenhydrate, 22% Fett und 13% Protein. Und ich habe irgendwas selektiert, weshalb der mir jetzt nur, ähm, ah, da, so sieht das doch schon viel besser aus. Ich habe also meine insgesamten Targets zu 93% erfüllt, habe die wichtigsten Sachen, die man sich hier oben reinziehen kann, irgendwie alle erreicht. Ähm, ich habe aber zu wenig Omega-3, so ein bisschen. Bei den, das passiert, wenn man keine Hülsenfrüchte isst, ich habe von Isoleuzin, Leuzin, Lysin, Methionin und Valin etwas zu wenig. Aber allgemein habe ich immer noch 80%, äh, 78 Gramm Protein gegessen. Dann Vitamine, halt alles in Ordnung. Ich verstehe halt immer nicht, warum der meint, ich würde zu viel Folsäure essen. Das gibt es meiner Meinung nach nicht. Und hier alles auch in Ordnung, bis auf Selen, weil ich gerade keine Paranüsse esse und etwas Zink. Also, finde ich eigentlich relativ gut dafür, dass ich keine Hülsenfrüchte gegessen habe. Jo, wir sehen uns in einem folgenden Video. Bis dann! Bis dann! Ich hab das darle, we sellen Video. Tschüss! Tschüss! ил